What you want, what you want, what you want, Bam Bam Hallihallo und Hallöchen, hier ist euer Bam Bam und ich begrüße euch zum alljährlichen WWE 2K Universe Tutorial Diesmal von WWE 2K17 Ja, was gibt es zuvor zu sagen? Ich werde zwei Videos machen und zwar das eine ist für die Experten, das ist genau dieses Video hier Das andere werde ich euch dann hier im Video auch verlinken, das ist, ja sagen wir mal, für die Anfänger, die vielleicht gar nicht so tief in den Universe Mode eintauchen wollen Der Showcase ist ja dieses Jahr weggefallen und so ist es einfach so, dass manche jetzt natürlich sich mit dem Universe Mode befassen müssen, die es vielleicht vorher noch nie getan haben Ja, und die möchten vielleicht auch nicht so bis ins Detail alles konfigurieren, sondern einfach drauf losspielen Und dafür gibt es dann, wie gesagt, die Lite-Version des Tutorials Ja, was gibt es noch zu wissen? Das Video hier ist vor Release entstanden, das heißt, ich war in der Lage, das Spiel bereits vor Release zu spielen Da ist es natürlich aber auch so, dass man noch nicht alles wissen kann Ich kann euch also hier nur den Anfang zeigen, es kann natürlich Entwicklungen oder Änderungen des Spiels geben, die im Laufe des Jahres dann vielleicht erst eintreten Wenn natürlich dann zum Beispiel die neuen Patches rauskommen Ja, dann würde ich sagen, legen wir direkt los Ich wurde bereits gefragt, ob es sich lohnt, das Spiel zu kaufen Ich sage so viel, wenn man Universe-Fan war, dann wird man diesen Universe sicherlich lieben Auch wenn er viele Bugs hat, das heißt, das Spiel hat leider noch sehr, sehr viele Schwächen Die hoffentlich Touquet noch im Laufe des Jahres dann ausbessert Ansonsten muss ich allerdings sagen, hat sich sehr viel verändert Und zwar ist es so, dass zum Beispiel die Menü und die Menüstruktur völlig anders sind, als man die bisher eigentlich kennt Das zeige ich euch gleich noch im Detail Ebenfalls verändert hat sich allerdings eben auch so der Inhalt Zum Beispiel kann man jetzt neuerdings auch Promos durchführen Und ich muss sagen, das ist ein wirkliches Highlight Darauf dürft ihr euch freuen Genug geschwafelt, kommen wir gleich zur ersten großen Änderung Ihr seht es schon, und zwar, ihr könnt inzwischen das Universe laden Das bedeutet, es gibt drei neue Universe-Slots Bisher war es so, dass ihr immer ein Universe hattet Das heißt, man konnte nur mit Tricks arbeiten Zum Beispiel, indem man mehrere Playstation- oder Xbox-Nutzer anlegte Und mehrmals das Spiel praktisch komplett neu einrichten musste Hier habt ihr aber jetzt die Option, tatsächlich drei Speicherslots für verschiedene Universes zu nutzen Das Gute ist, wie ihr gerade gesehen habt, ihr könnt zum Beispiel auch diese Shows kopieren Ihr müsst sie also nicht mehrmals erstellen, sondern ihr könnt die Daten auf einen anderen Slot auch übernehmen Ihr könnt sie natürlich auch wieder löschen und ihr könnt sie laden und weiterspielen Nachdem ihr euren Slot gewählt habt, beziehungsweise einfach auf Weiter geklickt habt Das ist auch möglich Dann kommt ihr direkt in das Hauptmenü eurer Show, eures Universes Und zwar gibt es hier verschiedene Rubriken, das ist auch relativ einfach gestaltet Ich blende euch hier kurze Erklärungen ein Und zwar hat man zum einen die Show, auf die ich dann nachher natürlich nochmal explizit genauer eingehe Dann den Kalender, mein Universe und die Story-Optionen Dann kommen wir auch direkt zu den Story-Optionen als erstes Und da werdet ihr sehen, da hat sich nicht so viel verändert Das ist eigentlich alles gleich geblieben Und zwar habt ihr oben die automatischen Rivalitäten, die könnt ihr ein- oder ausstellen Unten drunter drei verschiedene Storylines, die extra ein- und ausstellbar sind Zum Beispiel die Royal Rumble Storyline, also dass der Sieger bei WrestleMania dann auf den Champion trifft Und die Undertaker Storyline und die Survivor Series Storyline Wo dann eben, ja, sagen wir mal, durch die Begrenzung von sechs Superstars Auch nur sechs Superstars, statt vier oder fünf Superstars, wie man das eigentlich von Survivor Series kennt Ja, dann im Spiel dabei sein werden Ja, dann habt ihr noch die Tag-Team-Trennungen und Bildungen Dann habt ihr natürlich auch den Wechsel der Publikumsreaktion Klar, ihr wollt zum Beispiel, wenn ein Heel-Turn passiert, ja auch, dass das Publikum boot und darauf eingeht Also meine Empfehlung, klar, anschalten Ja, und dann gibt es noch die Verletzung Hier gibt es allerdings die Anmerkung Wenn ihr das einschaltet, ist es so, dass wenn ein Superstar ausfällt, der auch lange ausfallen kann Und der nicht mehr anwählbar ist Also auch nicht für, wenn ihr den irgendwie manuell reinkonfigurieren wollt Das geht nicht Der ist dann wirklich verletzt und die KI kann den auch im Prinzip nur zurückbringen Das Ganze ist also empfehlbar, wenn man das möglichst realistisch spielen will Ja, und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, das Universe auch zurückzusetzen Wann empfiehlt sich das? Wenn die KI sehr viel Mist buckt Also wenn die KI auf viele Änderungen, die ihr vielleicht manuell vorgenommen habt, nicht korrekt eingeht Leider ist es so, dass die KI doch immer wieder größere Probleme hat im Universe-Modus Das ist auch was, wo 2K auf jeden Fall auch hier in diesem Jahr vermutlich noch nicht an der Perfektion dran ist Das heißt also, wo 2K auf jeden Fall noch dran arbeiten muss Als nächstes kommen wir jetzt zum Kalender Und da hat sich erstmal nicht viel getan Zumindest zum Vorgänger Ja, ich sage es trotzdem mal etwas an Auch für diejenigen, die vielleicht nicht mein letztes Tutorial angeschaut haben Ihr habt hier die Möglichkeit im Kalender die Shows zu bearbeiten Das geht mit der Dreiecks-Taste bei der Playstation und mit der Y-Taste bei der Xbox Ich bin kein Xbox-Nutzer, deswegen bitte verzeihen, wenn ich vielleicht mal bei der Taste daneben liege Ja, oben könnt ihr dann die Monate wechseln Das ist bei der Playstation mit L1 und mit R1 Und bei der Xbox mit LB und mit RB Ja, und da habt ihr hier wie gesagt die Möglichkeit die verschiedenen Shows aufzurufen Auch mal zu schauen, wie man in die Zukunft kommt Und dann kann man die Shows bearbeiten Jetzt zeige ich euch, wie das Ganze aussieht, wenn man die Shows bearbeitet Dazu klicke ich wie gesagt auf die Dreiecks-Taste bzw. auf die Y-Taste Das ist übrigens neu und zwar dieser Bearbeiten-Button Den muss man sehr häufig verwenden Hier hat es zwar noch Strukturen, man kennt es eigentlich auch noch vom Vorgänger In anderen Zweigen ist es allerdings so, dass man auch überall über diesen Bearbeiten-Button In die jeweilige Grundeinstellung reinkommt Das ist etwas verwirrend gemacht Ich persönlich bin jetzt nicht so der Fan von diesen Einstellungen, so wie sie jetzt sind Weil es wirklich alles sehr versteckt ist Aber ihr müsst ihn wirklich häufig benutzen, wenn ihr da hinkommen wollt Ja, was auch wichtig ist, es gibt noch einige Begrenzungen Also es ist so, wenn ihr jetzt zum Beispiel über den Bearbeiten-Button eine Shows bearbeiten wollt Kann es eben sein, dass ihr eben auch nur die Shows-Inhalte seht Und dann fragt ihr euch natürlich, wo sind jetzt die anderen Inhalte Aber wie gesagt, da kommen wir später noch dazu Wir gehen jetzt hier mal in die Shows-Bearbeitung rein Das geht mit der X-Taste, beziehungsweise bei der Xbox sollte das die A-Taste sein Und dort können wir natürlich einen Namen vergeben Natürlich erstmal mit einem kleinen Schreibfehler, wie ihr hier gesehen habt Und dann könnt ihr als nächstes dann eine Shows-Musik zuweisen Das ist noch nicht alles freigeschaltet, weil den freien Schalter-Beschleuniger, wie man ihn ja auch nennt Den gab es jetzt noch nicht Ich habe, wie gesagt, das Video aufgenommen vor Release Ja, und dann habt ihr hier die Möglichkeit, die Kommentare zu wählen Da müsst ihr aufpassen, hier gibt es das WWE 2K17 Das ist so ein generischer Kommentar Ansonsten gibt es leider nicht sehr viele andere Kommentare, als die, die hier angegeben sind Das heißt, wollt ihr eine ECW-Show machen Dann gibt es eben für diese ECW-Show auch keine Kommentare Ihr solltet also diesen generischen nehmen Sonst erwähnen immer die Kommentatoren Zum Beispiel Monday Night Raw Das wollt ihr natürlich bei einer ECW-Show nicht haben Dann kann man natürlich auch der Show eine Arena zuweisen Da könnt ihr auswählen, ob ihr eine heruntergeladene, eine selbst erstellte Arena Oder eben eine original im Game erhältliche Arena verwenden wollt Als nächstes gibt es dann den Ort Hier habt ihr jetzt die Möglichkeit, zum Beispiel mit der Viereck-Taste Oder bei der Xbox müsste das die X-Taste sein Alle zu selektieren oder auch zu deselektieren Ansonsten könnt ihr den natürlich auch einzeln auswählen Dann könnt ihr oben aber auch wechseln mit den L-Tasten Also L1 und R1 oder LB oder RB Könnt ihr dann jeweils auch das Land oder auf die Weltansicht wechseln Und somit habe ich hier zum Beispiel die Stadt Frankfurt in Deutschland ausgewählt Eine tolle Neuerung bei WWE 2K17 sind die Ringrichter Ihr könnt hier Ringrichter auswählen Zum Beispiel klassische Ringrichter wie den WCW-Ringrichter Das steigert natürlich das Flair ungemein Ja, dann habt ihr auch die Möglichkeit, einen Filter zu setzen für eure Show Unter anderem zum Beispiel Schwarz-Weiß Wenn ihr eine NWO-Show machen wollt Oder zum Beispiel den schlechten VHS-Filter Der macht auch richtig Freude für Oldschool-Shows Da läuft da so ein kleiner Videostreifen über das Bild Also das kann schon richtig Flair verbreiten Ihr könnt euch das natürlich hier auch über eine Vorschau anschauen Ja, dann gibt es die eigentliche Show-Bearbeitung Das heißt, das Show-Logo könnt ihr zuweisen Dann habt ihr die Möglichkeit, Show-Intros auszuwählen Und zwar Show-Intros, aber auch genannt Ladebildschirm, haben einfach hier mehr den Zweck Die Ladezeit gefühlsmäßig zumindest zu verkürzen Das klappt leider nicht immer Gerade, denke ich mal, wenn wir dann die Creation-Speed bemühen Also viele eigene Kreationen einbringen in das Universe Dann wird das Ganze natürlich auch deutlich länger laden Allerdings, wie gesagt, ist es natürlich eine schöne Abwechslung Wenn man dabei zum Beispiel ein Intro sieht Oder eben nicht mehr den reinen Ladebildschirm Sondern eben auch Kommentare hat Weil auch das ist neu Man hat Kommentare jetzt praktisch vor jedem Match Ja, aber jetzt zurück zum Thema Hier ist es so, ihr könnt jetzt die Standardshows auswählen Natürlich auch die Inhalte, die ihr heruntergeladen habt Dann habt ihr die Möglichkeit, speziell auszuwählen Speziell sind Videos, die ihr selber erstellen könnt Über die Highlight-Reel-Funktion Und die ihr danach dann über Create a Video anfertigen könnt Die können dann verwendet werden Hier unter anderem im Universe-Mode Eben bei der Show-Erstellung Aber auch zum Beispiel als Titadron-Video Oder Minitron Ich kann es jetzt gar nicht genau sagen Jedenfalls, ihr könnt sie auch hier verwenden Und dann habt ihr natürlich noch die Möglichkeit Generische Show-Effekte einzustellen Und da gibt es eine ganze Anzahl Aber das könnt ihr euch dann in Ruhe noch mal selbst anschauen Ja, dann kommen wir noch kurz zu den anderen Rubriken Die sind aber jetzt mal etwas schneller abgehandelt Weil das ja relativ ähnlich ist Also außer diese speziell Tun sich da keine großen Unterschiede auf Hier gibt es ebenfalls den Match-Up-Bildschirm Das sind so diese Bildschirme, die kurz vor dem Match starten Mit den verschiedenen Möglichkeiten Den Schoß- und den generischen Effekten Dann haben wir natürlich den Übergangs-Bildschirm Ich glaube, das ist dann so zwischen den einzelnen Matches Wo das verwendet wird Dann haben wir doch den Namens- und Ortsangaben Das ist immer das Wenn jemand zum Beispiel den Entrance macht Und der läuft ein, dass dann dieses Namensschild ist Und natürlich auch die Replay-Anzeigen Damit sind wir jetzt erstmal bei der Präsentation fertig von dieser Show Allerdings natürlich noch nicht von der Show-Erstellung als Gesamtes Ihr müsst natürlich noch sagen Wie viele Teilnehmer hat zum Beispiel eure Show Oder wer ist überhaupt Teilnehmer eurer Show Und das könnt ihr hier auswählen Und zwar ist es so, dass bei den Standard-Shows Die von vornherein schon festgelegt sind vom Universe Wenn man sie nicht gelöscht hat Immer schon Leute ausgewählt sind Das heißt, ihr müsst sie gegebenenfalls auch wieder demarkieren Beziehungsweise die, die ihr eben reinhaben wollt Dann nochmal markieren Dazu könnt ihr dann auch die Championship-Leute eben reinbringen Die ihr haben wollt Allerdings ist zu beachten Dass die natürlich dann auch an der Show teilnehmen Das heißt also, wenn ihr jetzt hier zum Beispiel Einen Hulk Hogan in einer aktuellen Show auswählt Der vielleicht 1980 seinen Titel gehalten hat Dann kommt er eben dann auch bei der aktuellen Raw-Ausgabe vor Also wie gesagt, beachtet das, wenn ihr eure Champions auswählt An dieser Stelle muss ich einen wichtigen Hinweis geben Und zwar ist es so, dass ihr direkten Einfluss habt Mit dieser Teilnehmeranzahl auf die KI Der ideale Fall ist, dass ihr zwischen 30 bis 50 Superstars pro Show nutzt Wenn es weniger sind, kann es Nachteile geben Und wenn es mehr sind, kann es Nachteile geben Ich will euch das ganz kurz aufführen Und zwar, wenn es weniger sind Dann ist es so, dass die KI zum Beispiel immer wieder die Rivalitätsgegner gegeneinander buckt Vielleicht auch gar keine Cutszenen mehr vorkommen Wenn es mehr sind, ist es wiederum so Dass viele Superstars überhaupt nicht berücksichtigt werden Weil die KI das einfach nicht packen kann Wichtig ist auch Ihr könnt inzwischen sogar weniger als 15 Superstars pro Show festlegen Das war bei WWE 2K16 nämlich noch so, dass man 15 hatte Ihr könnt also jetzt auch zum Beispiel nur, sagen wir mal, 13 oder 12 machen Dann ist es allerdings auch so, dass die KI automatisch weniger Matches ansetzt Also ihr habt hier eigentlich standardmäßig in den Einstellungen 5 bis 7 Matches, die ihr festlegen könnt Die KI macht es aber dann so, dass dann zum Beispiel nur 3 Matches angelegt werden Klar, sie hat einfach die Teilnehmer für diese vielen Matches und die Promos, die ja auch noch dazwischen erfolgen Gar nicht zur Verfügung Also deswegen, wie gesagt, hier muss man ein bisschen überlegen Mein Tipp ist zwischen etwa 30 bis maximal 50 Superstars pro Show Und die Matchanzahl sollte man bei den Wochenshows so eben im höheren Level lassen 5 ist möglich, 6 ist glaube ich optimal und 7 ist schon fast wieder ein bisschen zu viel Aber das muss jeder natürlich für sich selbst entscheiden Dann kommen wir als nächstes zur Titelauswahl Bei den Titels hat sich leider auch nicht viel getan Das ist ein Kritikpunkt, den viele haben Und zwar ist es so, man kann weiterhin nur 4 Titel der Show zuweisen Das heißt allerdings nicht, dass ihr nur 4 Titel in der Show spielen könnt Ihr könnt durchaus auch mehr spielen Dazu sage ich euch gleich im Anschluss noch was Jedenfalls, ihr habt die Möglichkeit, Titel hier zu löschen an dieser Ansicht Oder eben auszutauschen Also zum Beispiel mit einem komplett anderen Superstar Oder mit einem selbst kreierten Titel Wie soeben erwähnt, habt ihr natürlich die Möglichkeit Mehr als diese 4 Titel, die wir hier nochmal sehen, der Show zuzuweisen Erstmal standardmäßig, wie gesagt, gibt es den World Titel, den Singles Titel, den Tag Team Titel Und den Diven Titel, beziehungsweise neuerdings den Women's Championship Ja und das Ganze ist allerdings beliebig im Prinzip erweiterbar durch einen kleinen Trick Ihr könnt hier natürlich auch andere Titel jeweils einem Superstar zuweisen Das könnt ihr über die Championships machen Zum Beispiel den Hardcore Titel So und wenn ihr wollt, dass das Ganze automatisch ausgekämpft wird Dann legt ihr das Ganze als Rivalität an Also den Titelträger dann einfach in eine Rivalität stecken Das Ganze endet dann in der Regel zu einem Pay-Per-View mit einem Titelmatch Das macht die KI dann automatisch Ihr habt natürlich aber auch die Möglichkeit, jederzeit selbst Titelmatches anzulegen Das heißt, ihr könnt ja die Match-Card bearbeiten Da kommen wir später noch dazu Und da könnt ihr natürlich auch selber ein Titelmatch anlegen Ja, also wie gesagt, mein Tipp Ihr könnt eigentlich beliebig viele Titel einführen Das ist schon möglich Ihr müsst halt nur beachten, dass es am Ende bei einem Pay-Per-View Natürlich nicht alle Titel vielleicht auf die Match-Card schaffen Also ihr solltet vielleicht nicht zu viele machen Aber ein oder zwei Titel mehr schaden der Show jedenfalls nicht Hier ist mir ein kleines Missgeschick passiert beim Aufzeichnen des Universe-Tutorials Und zwar ist es so, dass ich versucht habe Einen World-Titelträger von NXT, in dem Fall Samoa Joe Bei Raw als Single-Champion einzusetzen Das geht nicht Also zumindest nicht, diesen Titel kann ich nicht dieser Show zuweisen Weil es keinen Kreuztausch gibt Also es gibt praktisch nicht die Möglichkeit World und Single von zwei Shows zu kombinieren Also zumindest von zwei verschiedenen Shows Wenn ihr jetzt in derselben Show natürlich ein World- und ein Single-Titel hat Dann geht das schon Ja, was ist dann noch zu wissen? Und zwar ist es so Ihr könnt einem World-Champion durchaus zwei Shows zuweisen So wie es ja bis vor kurzem, bevor der Roster-Split kam, hier auch möglich war Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, dass eben der Champion an den beiden Shows auftritt Ihr könnt natürlich auch, und das zeige ich euch dann später bei der Superstar-Bearbeitung natürlich Auch das Ganze getrennt machen Also ihr könnt auch einen Roster-Split umsetzen Das ist natürlich gerade tagesaktuell Dann sind wir jetzt hier an dieser Stelle mit der Show-Erstellung fertig Und da gibt es gleich noch einen Hinweis Und zwar die Show läuft ja schon Es gibt natürlich ja standardmäßig sofort zu Beginn des Universes ein paar Shows, die schon angelegt sind Und da ist es so, dass die Aktualisierung der Match-Anzahl Also wenn ihr da die Match-Anzahl ändert Dann erst mit der nächsten Show beginnt Also nicht gleich mit der ersten Da sind es halt dann immer noch die sieben Sondern erst in der zweiten Show habt ihr dann zum Beispiel die fünf Matches Kommen wir jetzt zu den Nebenshows Und zwar gibt es im Kalender die Main-Event-Show schon vorgefertigt Wie gesagt, kann man auch löschen und durch eine andere Nebenshow dann zum Beispiel erstellen Ja, diese Nebenshows sind so, dass sie anderen Hauptshows zugeordnet werden müssen Ihr habt neuerdings übrigens die Möglichkeit, hier die Anzahl der Matches zwischen drei bis sieben zu wählen Also wie eine Hauptshow Es gehen übrigens nicht mehr als zwei Hauptshows für diese Nebenshow zuzuweisen Das ist ja auch der Hinweis Also das ist wie gesagt nicht möglich Ja, dann kommen wir gleich zum nächsten Thema Wie ihr sicher gesehen habt, war bei NXT ein Ausrufezeichen Dieses Ausrufezeichen bedeutet, dass hier kein Pay-Per-View zugewiesen ist Eigentlich ist das falsch Es müssen insgesamt zwölf Pay-Per-Views zugewiesen werden Damit kein Ausrufezeichen mehr dasteht Das Ausrufezeichen hat folgenden Sinn Und zwar, die KI bookt ja immer Das heißt also im Vier-Wochen-Rhythmus Das heißt, jede KI-Story endet mit einem Pay-Per-View Das heißt, ihr müsst also wirklich alle vier Wochen möglichst einen Pay-Per-View haben Ihr könnt verschiedene Shows, also Hauptshows dem Pay-Per-View zuweisen Dazu komme ich aber jetzt gleich nochmal Hier sind wir jetzt schon in der Pay-Per-View Bearbeitung drin In dem Fall will ich jetzt hier einen neuen Pay-Per-View anlegen Der geht übrigens nur auf dem Sonntagsslot zu legen Das heißt also, es geht nicht an anderen Tagen Und dann lege ich hier einfach jetzt die Arena an Ja, das ist eigentlich wie wir es vor uns auch schon mal gesehen haben Da ist jetzt nichts Neues dabei Ihr könnt dann auch, wie ihr gleich noch sehen werdet Ein Thema auswählen Das Thema wird dann so sein, dass man zum Beispiel sagen kann Survivor Series Also das soll sich wie eine Survivor Series verhalten Oder wie WrestleMania Oder SummerSlam Oder eben ein Royal Rumble Beim Royal Rumble ist es so Dass dann auch tatsächlich ein Royal Rumble Match am Ende dann ausgespielt wird Das kann man übrigens auch bearbeiten Das ist also möglich Das war auch schon im Vorgänger möglich Und das Schöne ist Es wird auch wirklich mit eurer Show verknüpft Also wenn ihr da eine besondere Arena habt Dann wird dieser Royal Rumble dann tatsächlich dort auch ausgetragen Ihr seht, gibt es hier zwei Hauptshows Die ihr einem Pay-Per-View zuweisen könnt Jetzt ist es so Aktuell natürlich Dass wir ja den Roster-Split haben Das heißt also Jede Hauptshow so im Prinzip ihre eigenen Pay-Per-Views hat Außer die Big Four Also zum Beispiel SummerSlam Survivor Series Royal Rumble und WrestleMania Die natürlich dann von beiden Shows geteilt werden Ihr könnt die natürlich auch einzeln setzen Das geht nur an einem Sonntag Das heißt Ihr könnt sie nicht auf Samstag oder Ähnliches setzen Sondern Pay-Per-Views gehen wirklich nur auf einen Sonntag zu terminieren Da gibt es jetzt aber eine kleine Besonderheit Die ich hier unbedingt sagen muss Die KI denkt, wie ich vorhin schon mal erwähnt habe Im Vier-Wochen-Rhythmus Das heißt Im letzten Teil bei WWE 2K16 war es so Das extrem verbuggt war Wenn ihr also am dritten Sonntag Des ersten Monats Ein Pay-Per-View veranstaltet habt Da kam die KI nicht mit klar Und es war zum Teil so Dass einfach die Cutsäen Und die Rivalitäten gar nicht wirklich liefen Das Ganze konnte sich In Anführungsstrichen Konnte sich dann wieder einrenken Indem dann Später ja dieser Vier-Wochen-Rhythmus Ja aufgenommen wird Also spätestens ab dem zweiten Monat Gibt es ja einen Vier-Wochen-Rhythmus Trotzdem ist das Ganze mit Vorsicht zu genießen Also ich habe festgestellt Da kommt leider die KI nicht so ganz klar Und ich denke Das wird bei WWE 2K17 auch nicht anders sein Aber das könnt ihr mir dann gerne In euren Kommentaren dann bitte beschreiben Was ihr so für Erfahrungen gemacht habt Wie ich schon erwähnt habe Gibt es inzwischen immer Einen Bearbeitungsbildschirm Und einen normalen Bildschirm Der Bearbeitungsbildschirm Den erkennt ihr hier zum Beispiel an dem Löschen Also hier habt ihr die Möglichkeit Einzugreifen Irgendwas zu löschen Ihr kommt natürlich auch wieder raus In den normalen Bildschirm Wenn ihr zurückgeht Über die Zurück-Taste Und da ist es so Dass ihr bei diesem Kalender simulieren könnt Das heißt ihr könnt eure ganzen Shows simulieren Das ginge bis maximal zwölf Monate Also bei Wrestlemania endet das Ganze Das könnt ihr auch dann auch Jahr für Jahr Rein theoretisch wiederholen Wenn ihr das wollt Warum das Ganze Das könnte Sinn machen Zum Beispiel wenn ihr Bei einem bestimmten Zeitpunkt Ihr wollt nicht alle spielen Sondern ihr wollt zum Beispiel nur das Fädenende sehen Also nur die letzte Den Ausgang der Rivalität Oder ihr wollt was ganz Spezielles spielen Oder ihr wartet nur auf einen bestimmten Zeitpunkt Dann könnt ihr das bis dahin simulieren Ja Damit sind wir jetzt eigentlich soweit fertig mit dem Kalender Wenn noch irgendwas wäre Ich werde das dann in den Infos noch mit erwähnen Nun gehen wir zurück in das Hauptmenü Und von dort aus direkt in mein Universum Was ganz wichtig ist Mein Universum bezieht sich auf alles Also euer umfassendes Universum Es gibt noch die Show an sich Da habt ihr im Prinzip alle Rubriken genau so Das heißt also wieder die News Die Rivalitäten und 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 Aber die bezieht sich eben dann nur auf die Show Das heißt also nur zum Beispiel auf Raw Hier in diesem Hauptbildschirm Da seht ihr aber alles Also zum Beispiel auch Superstars Die überhaupt nicht diesen Shows zugeordnet sind Und da müsst ihr unterscheiden Also das ist am Anfang etwas verwirrend aufgebaut Nun möchte ich euch aber noch ein paar News zeigen Und zwar die News sind ja am Anfang noch nicht da Deswegen mache ich hier einfach den kleinen Trick Ich simuliere jetzt ein paar Shows Und danach sind natürlich auch News da Diese News wie gesagt beziehen sich auf das gesamte Universum Das heißt es gibt sogar noch einzelne Superstar News Das zeige ich euch dann später Also wie gesagt das hier ist das gesamte Universum NXT, Raw und 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 Was hier hinterlegt ist Dann seht ihr die neuesten Und eben auch eine Chronik als eine Art Statistik Von Royal Rumble, von Wrestlemania Und von Money in the Bank Das sind reale Ja Reale Statistiken Die aber dann natürlich durch eure Entscheidungen Im Universe durchaus sich verändern können Kommen wir zu einem ganz wichtigen Bestandteil Vom Universe Mode Und das sind die Rivalitäten Die Rivalitäten haben sich im Prinzip Zum letzten Jahr nicht wirklich verändert Die Rivalitäten fassen im Prinzip Fäden zusammen Um die die KI Storys kreiert Also auch Cutszenen Besondere Momente Die während der Matches dann eintreten können Vor, nach oder auch im Match auftreten können Und jetzt ist es so Man hat weiter die Möglichkeit Leider pro Show nur drei Rivalitäten festzulegen Und diese Rivalitäten laufen wie gesagt Im Vier-Wochen-Rhythmus Und da gibt es drei Möglichkeiten Das ist eine kurze Eine mittlere Und eine lange Rivalität Das heißt also praktisch vier Wochen Acht Wochen Zwölf Wochen lang Ja Ihr könnt natürlich dann auch Die alten Rivalitäten weiterhin einsehen Da habt ihr auch die Möglichkeit Und was wir jetzt hier gleich sehen werden Das ist die Möglichkeit Außerhalb des Bearbeitungsbildschirms Das ist wie gesagt Jetzt nicht der Bearbeitungsbildschirm Sogar ja Die News zu sehen Zu dieser Rivalität Direkt aufgelistet Untereinander Was hat sich in der Rivalität getan Ja also wie gesagt Es ist nicht der Bearbeitungsbildschirm Ihr müsst erst das Ganze bearbeiten Beim Löschen von diesen Fäden Muss man Folgendes allerdings beachten Wenn man eine Fäde mitten Ja sag ich mal In dem Monat löscht Dann ist die KI Nicht in ihrem Vier-Wochen-Rhythmus Das heißt Es kann ja sein Wie in diesem Fall Ich habe jetzt eine Woche simuliert Dass drei ausstehende Wochen noch sind Bis die KI eigentlich erst wieder Diese Fäde Ja Ansetzen kann Das heißt also Im Prinzip erst nach dem Pay-Per-View In der vierten Woche Danach kommt erst Meine Fäde im Gang Das heißt Es kann natürlich sein Wenn ihr jetzt alle Fäden löscht Vorher löscht Dass ihr im Prinzip Drei Wochen lang Überhaupt keine Cut-Szenen bekommt Wenn es ganz blöd läuft Also geht da sehr mit Bedacht um Wann ihr das anlegt Ihr könnt natürlich Manuelle Änderungen Immer am Beginn Oder zu Beginn Bevor ihr die Show startet In der jeweils Praktisch Fünften Woche Das sage ich jetzt mal Könnt ihr natürlich Das dann immer manuell anlegen Danach solltet ihr Möglichst nicht mehr In diese Rivalitäten eingreifen Weil sonst könnten euch Wie gesagt Wichtige Cut-Szenen fehlen Nun gehe ich zurück In die Mein-Universe-Ansicht Und gehe dort Auf die Championships Und bei den Championships Habe ich die Möglichkeit Die Herausforderer Also die Rangliste Zu bearbeiten Aber auch den Champion Zum Beispiel zu wechseln Diese Rangliste Ist sehr wesentlich Das Bearbeiten Ist relativ einfach Man wählt Hier zieht Den entsprechenden Champion aus Geht unten auf Bearbeiten Und dann kann man Im Prinzip Einfach hin und her wechseln Das heißt Ich nehme jetzt hier Einfach den letzten In dem Fall die Nikki Bella Und tue die ganz hoch Auf den Hauptherausforder-Posten Die könnte ich übrigens Hier auch gleich oben Als Champion einsetzen Das geht hier An dieser Stelle inzwischen auch Oben kann man übrigens Noch hin und her switchen Auch zwischen gewonnen Und wochengehalten Das ist noch ganz interessant Also Charlotte hat ja Eine Woche Das Ganze gehalten Gewonnen Entschuldigung Einmal gewonnen Und 14 Wochen gehalten Diese Statistik wird natürlich Dann je nachdem Wie ihr das ganze Universe spielt Dann angepasst Jetzt aber was ganz wichtig ist Zu dieser Rangliste Die Rangliste ist für die KI Extrem entscheidend Und zwar wird die KI Sich immer etwas danach richten Wer Hauptherausforderer ist Oder vielleicht auch Der zweite Hauptherausforderer ist Denn die werden hauptsächlich Auch in den Schoß gebuckt Ebenso wichtig Die KI nimmt sich auch oft Beieinander liegende Leute raus Das heißt also In der Rangliste Nehmen wir mal an Auf Platz 7 und auf Platz 8 Stehen zum Beispiel Kane und der Andertager Dann würden die beiden auch eher In einer Fäde verstrickt sein KI mäßig Wie gesagt ihr habt natürlich Immer selber noch Eingriffsmöglichkeiten Aber wie gesagt Beachtet das wirklich Also diese Ranglisten Sehr und sehr wichtig Sortiert sie so Dass das Ganze auch Sinn gibt Und dass sie nicht am Ende Dann dasteht und sagt Ja warum macht der Universe Mode Das eigentlich so Also wie gesagt Beachtet das bitte So dann gehen wir zurück In mein Universe Und von dort aus Direkt in die Superstar Bearbeitung Ein ganz ganz wichtiger Punkt Neuerdings habt ihr die Möglichkeit Mit R2 und mit L2 Beziehungsweise bei Xbox mit LT und RT Zwischen diesen Superstars Ja sagen wir mal Relativ schnell hin und her zu springen Also von den Buchstaben her Dann ist es so Dass das hier Was ihr jetzt gerade seht Der normale Ansichtsbildschirm ist Also nicht der bearbeiteten Bildschirm Und hier habt ihr die Möglichkeit Genau Infos zu dem Superstar aufzurufen Das heißt ihr seht hier Alle Rivalitäten aufgelistet Die er aktuell hat Die Statistiken Die natürlich bei Null beginnen Falls derjenige noch nichts erlebt hat Also zum Beispiel auch bei Kors ganz interessant Und dann bei den News Die News sind auch so Dass die individuell alles zeigen Was in der Rivalität passiert ist Was leider gesagt werden muss Die Statistiken sind leider immer noch nicht zu bearbeiten Das ist natürlich schlecht Weil Hulk Hogan zum Beispiel Der hat so und so viele Titel schon geholt Dem möchte ich Weil der ist ja nicht im Spiel dabei Dem möchte ich natürlich sagen Der hat so und so viele Titel schon geholt Geht nicht Das funktioniert leider weiterhin nicht Das bleibt also ein großer Wunsch Für das nächste Spiel Soweit zum theoretischen Teil Gehen wir direkt in die Bearbeitung Wir gehen zurück in die Ansicht Und dann wie gesagt auf Bearbeiten Und da haben wir jetzt die Möglichkeit Publikumsreaktionen einzustellen Also zum Beispiel ob jemand Heal oder Face ist Dann haben wir die Persönlichkeitsmerkmale Ja egoistisch, stolz, respektvoll, respektlos Das kann man ja alles einstellen Hat Auswirkungen direkt meistens im Gameplay Aber auch auf die Statuseffekte Und zwar im Gameplay ist es so, dass zum Beispiel jemand der feige ist Eben auch mal den Ring verlassen könnte Und einfach Richtung Ausgang geht Mitten im Match Oder jemand der eben aggressiv ist Der holt eben dann einen Baseballslide mit einem Match raus Und sorgt für eine eigene Disqualifikation Ja dann haben wir hier die Trefferpunkte Ja wie stark gefährdet jemand ist Zum Beispiel am Kopf Wenn er geschlagen wird und so weiter So und dann haben wir die Fähigkeiten Also hier habt ihr verschiedene Möglichkeiten Spezialaktionen Einfache Aktionen Also wenn jemand zum Beispiel Nicht durch den Tisch befördert werden kann Dann liegt das daran Dass er diese Fähigkeit hier nicht zugewiesen worden ist Also demjenigen der das ausführt Und das sollte man hier natürlich vorher auch kontrollieren Ob er das hat Muss man nicht im Universe Mut Diese Fähigkeiten können auch Ja unabhängig vom Universe Mode eingestellt werden Die Eigenschaften kann ich leider nicht editieren Das liegt daran, dass ich den Beschleuniger noch nicht habe Der ist käuflich zu erwerben Wie gesagt vor Release habe ich das Ganze hier bekommen Das Spiel und deswegen kann ich euch das leider noch nicht zeigen Ja dann habt ihr natürlich noch die Möglichkeit Die Fähigkeiten einzustellen Zum Beispiel entkommen bedeutet das Wenn gefährliche Aktionen anstehen Dass er sich dann schnell aus dem Ring rausrollen kann Ob er ein Techniker ist Ob er einen unfairen Pin hat Zum Beispiel Also ob er seine Beine aufs Seil legt Eine ganz wichtige Fähigkeit ist für mich persönlich Für die Storys immer der Manager Die Managerfähigkeit muss sein Damit der Manager überhaupt was macht Ja weil sonst steht er einfach nur am Ring Und schaut zu Und das will man ja nicht Also wie gesagt für euch Die vielleicht Wert auf Storys legen Da solltet ihr auch mit drauf achten Als nächstes kommen wir zu den Statuseffekten Die Statuseffekte sind temporär verliehene Fähigkeiten oder Beeinträchtigungen Die einem Superstar in einem ja vor allen Dingen Rivalitätsmatch verliehen werden können Hier habt ihr jetzt die Aufschlussung Ich gehe die mal kurz durch Was die auch bewirken Ihr könnt ja kurz das Video anhalten Wenn ihr euch das durchlesen wollt Jedenfalls ist es so Dass es eben auch die Verletzungen gibt Die Verletzungen sind so eingeteilt Sage ich jetzt mal In leichte, kritische Oder beziehungsweise leichte, mittlere und kritische Verletzungen Es gibt auch einen Totalausfall Das ist hier jetzt nicht gekennzeichnet Das seht ihr aber mitten im Match Ihr könnt dann mal drauf achten Unten ist dann eure Person abgebildet Und die wird dann auf einmal lila Also nicht mehr komplett rot Sondern lila Da ist so die Vermutung Dass das dann ein Totalausfall ist Da ist natürlich einiges notwendig Also da muss derjenige schon wie gesagt Im roten Bereich gewesen sein Die ein oder anderen Finisher müssen gelaufen sein Vielleicht OMG-Momente eingesetzt Also oh mein Gott Besondere Situationen Wie zum Beispiel durch das Kommentatorenpult Muss jemand befördert werden Und so weiter und so weiter Dann sollte der auch schwer verletzt werden Das könnte übrigens dann auch Cutszenen nach sich führen Ja dann kann man hier die Showzuweisung machen Wie gesagt man kann mehrere Shows zuweisen Die Nebenshows nicht Da ist folgendes noch wichtig Solltet ihr einen Roster-Split umsetzen wollen Dann ist es natürlich zu empfehlen Dass ihr hier nur eine Show angibt Ansonsten könnt ihr das natürlich showübergreifend machen Also wie gesagt Dass jemand zum Beispiel in zwei Shows auftritt Die Nebenshow-Teilnahmen sind zum Beispiel Main Event Dass eben derjenige dort auch auftreten kann Das macht keinen Sinn bei Main Eventern Also als Beispiel ein John Cena oder ein Brock Lesnar Sollte vielleicht nicht bei Main Event auftauchen Deswegen stellt man es da aus Nun kommen wir zu den individuellen Titeleinstellungen Im Prinzip kann man hier jetzt nicht die Rangliste einstellen Sondern man kann es nur ein- und ausstellen Das heißt Das ist aber eine ganz ganz wichtige Einstellung Und zwar hat es auch wieder viel mit der KI zu tun Und eben auch wie ihr das wollt Also wie jemand in den Shows dann auftreten soll Wollt ihr zum Beispiel Dass jemand nicht in Single Matches auftritt Sondern wirklich nur als Tech Team Also zum Beispiel American Alpha als Beispiel Dann solltet ihr die auch wirklich nur Bei den Tech Team Titeln aktivieren Das heißt die anderen beiden Single Titel Solltet ihr ausstellen Umgedreht ist es noch so Wenn ihr zum Beispiel wollt Dass ein Undercarder Möglichst nicht im Main Event antritt Dann solltet ihr das so machen Dass ihr den wirklich bei den großen Titeln zumindest ausstellt Das heißt also beim World Titel Midcard ist natürlich der Single Titel Was jetzt noch ganz wichtig ist Wenn ihr gar keinen Titel einstellt Dann kann es sein Dass die KI nicht berücksichtigt Dass ihr an der Show teilnehmt Zumindest war es so im Vorgänger Deswegen solltet ihr da wirklich drauf achten Dass er vielleicht schon Sagen wir mal an einem Titelkampf mit teilnimmt Aber eben vielleicht in der Rangliste Ganz ganz weit unten Dann wird er berücksichtigt Aber eben nicht so häufig Und eben eher in der Undercard Als nächstes kommen wir zu der Auswahl Der Rivalen und Freunde Wobei ich gleich sagen muss Im Vorgänger war das leider relativ sinnlos Es hatte keine Auswirkungen Früher war das sehr sehr wichtig Weil die Rivalen oder Freunde Haben zum Beispiel Störungen gemacht In den Matches Das heißt die kamen dann eben automatisch KI bedingt Ja reingerannt Und haben dann in das Match eingegriffen Sowas ähnliches haben wir ja dieses Jahr auch Wir haben die Run-Ins Es gibt auch KI bedingte Run-Ins Also das heißt wo die Wo der Computer oder das System selber sagt Ich schicke jetzt einen raus Aber eine dritte Person Und die dann praktisch in das Match eingreifen soll Allerdings muss ich gleich vorweg sagen Und das ist ein ganz ganz großes Manko Es scheint so Dass das Ganze nur im Exhibition-Mode verfügbar ist Das heißt Das lässt sich in den Hauptoptionen einstellen Allerdings nicht in den Universe-Optionen Und auch dort konnte ich es bisher noch nicht erleben Also es scheint wirklich so zu sein Dass es keine KI-Run-Ins gibt Also da hat Touquet leider eine Begrenzung gemacht Die für mich völlig unverständlich ist Weil hier hätte jetzt auch das Freunde-Feind-System Dann auch wieder Sinn gemacht Ja also da wäre dann halt Ein Feind eben reingekommen Und hätte dich angegriffen als Beispiel Im Exhibition-Mode ist es eigentlich völlig irrelevant Wer da angreift Da kann zum Beispiel ein Match von Oldschool-Stars sein Also zum Beispiel Veto gegen Sagen wir Brad Hart Und dann kommt auf einmal Finn Balor reingerannt Ja was vielleicht überhaupt nicht passt Hier hätte das Ganze wenigstens noch Sinn ergeben Noch ein kleiner Tipp Ihr habt ja gesehen Ich habe den Big Bossman vor uns als Feind eingefügt Dadurch ist Enzo Amore hier rausgefallen Ich wollte aber natürlich eigentlich auch Dass Aiden Inglich das Tag-Team natürlich als Gegner hat Also praktisch Enzo Amore und Big Cass Weil er selber ist ja auch in einem Tag-Team mit Simon Gottsch Und genau deswegen musste ich eben Enzo Amore nachträglich dann nochmal weiter vorne wieder einfügen Der ist also jetzt praktisch gleichzeitig sein Hauptfeind geworden Natürlich habt ihr auch wieder die Möglichkeit Den Endrance oder auch Einzug zu erstellen Beziehungsweise zuzuweisen Einfach oder erweitert Das geht aber außerhalb des Universe-Mode Deswegen kann ich euch das nicht zeigen Ganz neu dabei und ganz toll Die Siegespose Nach dem Gewinn eines Matches Habt ihr jetzt die Möglichkeit Face oder Heel auszuwählen Und natürlich auch den Finisher könnt ihr festlegen Und die Kleidung Und bei der Kleidung will ich euch das jetzt auch gleich nochmal kurz zeigen Zuerst gehe ich bei Ric Flair rein Weil ich dachte, der hat ja eine zweite Attire Dass das eine Kleidung ist Das ist allerdings keine Kleidung Das war ein Manager offenbar Das zweite Attire Deswegen kann ich leider auch nicht auswählen Aber zum Beispiel bei Finn Balor klappt das ganz gut Der hat von vornherein das normale Outfit und das Demon Outfit Du kannst also jetzt einstellen Zum Beispiel wenn du willst Dass der Finn Balor nur mit seinem Demon Outfit in alle Shows kommt Dann stellst du das auf Demon Ansonsten hast du natürlich auch die Möglichkeit zu sagen Zufall Dann kommt er praktisch immer mal, wie es gerade so ist Kommt er mal mit einem anderen Attire rein Das macht zum Beispiel Sinn beim Macho Man Der ganz ganz viele verschiedene bunte Outfits hatte Und da hast du natürlich dann entsprechend viel Abwechslung So gehen wir nun zurück in das Mein Universe Menü Und dort haben wir die Möglichkeit natürlich auch die Tech Teams zu bearbeiten Bei den Tech Teams bitte gleich vorweg hier beachten In meiner Aufzeichnung ist es so, dass ich leider nicht den Bearbeitungsbildschirm aufgerufen hatte Das heißt, den könnt ihr natürlich auch aufrufen, wie ihr unten seht Da habt ihr auch dann die Möglichkeit, wie vorhin bei den Superstars gesehen Zum Beispiel eben auch die Siegespose wieder einzustellen Also Heel oder Face zum Beispiel Und so weiter und so weiter Ich bin also hier jetzt wirklich nur in der, sagen wir mal, Ansicht In der normalen Tech Team Ansicht Und da gibt es eben auch die Möglichkeit Ja, Tech Teams zu löschen Und natürlich auch neue zu erstellen Und da erstelle ich jetzt hier gerade mal eins Was nur wichtig ist, wenn ihr ein Tech Team löscht Das hat Auswirkungen Also ihr müsst aufpassen Wenn das während laufenden Shows ist Kann das passieren, dass die Rivalität dadurch gelöscht wird Bei der Tech Team Einstellung habt ihr natürlich aber auch die Möglichkeit Ein Stable draus zu machen Das heißt, ihr könnt hier natürlich noch weitere Superstars hinzufügen Maximal insgesamt 5 Das hat wieder seine Gründe Wegen der 6 Superstar Begrenzung des Spiels Also können maximal nur 6 am Ring sein Und 5 plus 1, das ist der Gegner Das ergibt 6 Ja, dann haben wir natürlich noch die Möglichkeit Hier auch wieder die Siegespose etc. einzustellen Aber ganz wichtig ist noch die Einzugsart Ihr könnt ja angeben, ob diejenigen gemeinsam reinkommen Oder ob sie separat einzeln zum Ring kommen Ja, ansonsten könnt ihr natürlich auch hier dann den Entrance einstellen Und zwar den Entrance für die Tech Teams Und für ein Trio Das heißt also für einen Stable Mehr gibt es leider nicht Also ein Vierer oder Fünfer Entrance gibt es eigentlich nicht Mit einem kleinen Trick gibt es das schon Und zwar bei der White Family zum Beispiel Wenn die als Manager zum Ring gehen Dann gibt es tatsächlich auch ein Vierer Entrance Wie ihr gerade gesehen habt, habe ich ja ein neues Team angelegt So, jetzt möchte ich natürlich auch, dass dieses Team hier Möglichst bei NXT teilnimmt Dazu muss ich jetzt erstmal die für ein Tech Team Championship anlegen Dazu gehe ich in die Championships Und schaue mal, wo die so in der Rangliste sind Und ich sehe, hups, da sind sie ja gar nicht Wieso? Ja, ganz einfach Da fehlt jemand Es ist nur ein Teil Das heißt Apollo Crews NXT zugeordnet Big Show hat das zum Beispiel nicht Also habe ich jetzt wieder eine Tätigkeit Ich muss zurückgehen Diesmal in die Superstars Muss Big Show jetzt NXT zuordnen Und danach kann ich ihm Oder sind sie automatisch auch Weil sie sind ja als Tech Team schon angelegt NXT zugewiesen Weil, wie gesagt, Apollo Crews hat das von vornherein schon NXT Also sind sie automatisch bei NXT dabei Jetzt kann ich danach wieder rausgehen In die Rangliste reingehen Und in der Rangliste kann ich jetzt auch einstellen Ob eben jetzt Big Show und so weiter Das Test Team Ob die jetzt der Hauptherausforderer Oder vielleicht sogar eben Champions sind Als letzte Rubrik unter Mein Universe haben wir die Shows Und da gibt es eine kleine Neuerung Die finde ich aber ganz praktisch Man kann jetzt auch Shows importieren Und zwar, ihr geht in die entsprechende Show hinein Und dann findet ihr unten Das zeige ich euch jetzt gleich hier beim Main Event Die Option Show importieren Und ihr könnt eine bereits schon mal angelegte Show Auch aus einem anderen Universum Die könnt ihr hier einfügen Finde ich eine ganz tolle Sache Erleichtert vieles Man muss allerdings beachten Diese Show, die man hier einfügt Die wird auf diesen Slot gelegt Das heißt, wenn da vorher eine Nebenshow drin war Dann ist das jetzt automatisch auch eine Nebenshow Also hättet ihr das jetzt auf zum Beispiel Den Slot einer Hauptshow gesetzt Einer bestehenden Hauptshow Also in dem Fall von zum Beispiel Smackdown Dann wäre jetzt auch Monday Nitro Automatisch auch eine Hauptshow Aber trotzdem eine tolle Geschichte Nimmt einen schon mal sehr viel Arbeit ab Leider die Tech-Team-Erstellung zum Beispiel Ist immer noch so, dass man das nicht importieren kann Also wenn man außerhalb Tech-Teams hat Die kann man leider nicht importieren Zumindest habe ich noch keine Möglichkeit gefunden Dies zu tun Also gehen wir jetzt davon aus Ihr habt jetzt soweit euer Universe angelegt Dann wollt ihr natürlich jetzt auch Langsam mal loslegen mit dem Spielen Dazu müsst ihr jetzt in die Hauptansicht gehen Und dort geht ihr natürlich auf die Show Vom heutigen Abend Und da muss ich sagen, wird es etwas verwirrend Weil es gibt hier glaube ich gleich mal drei Ansichten Oder sogar vier Ihr könnt hier eine Match-Ansicht aufrufen Das könnt ihr mit Y Beziehungsweise mit der Dreieck-Taste Da könnt ihr die einzelnen Matches durchgehen Die ihr dann mit L1 oder LB1 Oder LB, Entschuldigung Oder RB und R1 Ja, anschauen könnt Dann habt ihr eben auch die Möglichkeit Wieder in die vorige Ansicht Die Show-Ansicht zurückzugehen Und da seht ihr eben nochmal alles aufgelistet Wie auch schon bei der eigentlichen Hauptübersicht Von MeinUniverse Das heißt, ihr könnt die Rivalitäten anschauen Die Championships Die Superstars Aber, und das ist ganz wichtig Ihr müsst beachten Ihr seid jetzt in der Show-Ansicht Ihr seht also jetzt wirklich nur noch das Was der jeweiligen Show zugeordnet ist Also nur die Championships der Show Ihr seht nur die Teilnehmer der Show Die Rivalitäten der Show Also in dem Fall jetzt ist zum Beispiel Alles auf die Sendung Monday Night Raw abgestimmt Ja, was anderes seht ihr hier nicht Ihr seht auch nur bei den Tech-Teams Auch nur eine kleine Auswahl Und zwar nur die Tech-Teams Die eben auch bei Raw auftreten können Ja, also bitte das in Zukunft hier beachten Wenn ihr diese Einstellungen aufruft So, jetzt sind wir so weit Dass wir uns das aber genauer anschauen wollen Wir wollen jetzt das Ganze starten Beim Starten sehen wir Dass wir Show beginnen Und Show bearbeiten vorfinden Natürlich wollen wir das Ganze erstmal bearbeiten Und da kommen wir in den Bearbeitungsmodus der Show rein Hier haben wir jetzt also die neuen Promospots Und da könnt ihr festlegen Zum Beispiel Eigenwerbung Zur Rede stellen Heal-Turn Face-Turn Tech-Team-Split Tech-Team-Vereinigung Verschiedenste Promo-Arten Wo ihr eben festlegen könnt Wer zum Beispiel teilnimmt Bei Eigenwerbung ist es eine einzelne Person Bei zum Beispiel Tech-Team-Bilden Oder Tech-Team-Auflösen Sind es natürlich zwei Personen Die teilnehmen Was ich hier nicht so toll fand Wie ihr hier gerade seht In beiden Fällen war Papa Ray Derjenige Der diese Promo hält Obwohl ich eben auch Die von zum Beispiel ausgewählt habe Also Ich weiß nicht ob das ein Bug ist Weil ich möchte es ja vielleicht auch umgedreht haben Ich möchte nicht Dass immer nur Papa Ray als Erster rauskommt Sondern eben vielleicht auch Die von als Erster rauskommt Was hier auch wichtig ist Ihr seht hier unten Dieses kleine rote R Damit werden gegennzeichnet Wer in einer Rivalität drin steckt Ihr habt natürlich unten auch die Möglichkeit Zum Beispiel den Einzug ein- und auszustellen Den Schwung Also praktisch die Dauer des Matches Könnt ihr einstellen Ja und dann habt ihr natürlich auch die Möglichkeit Das Match selber zu editieren Hier sehen wir zum Beispiel ein Triple Thread Match Da kann man auswählen Gegen wen man antreten will Unten habt ihr noch so ein Joypad Also oben habt ihr die drei Joypads Und unten noch eins Dieses vierte Joypad ist im Prinzip so Dass ihr das dann der KI überlasst Also ihr spielt hier gar nichts in dem Moment Sondern das macht die KI Dann muss ich nochmal kurz auf ein neues Feature zu sprechen kommen Das ist die Show bzw. TV-Präsentation Und zwar ist es so Dass die Shows chronologisch aufgebaut sind Ihr könnt nicht mehr zum Beispiel Zuerst das Match 5 spielen als Beispiel Sondern ihr müsst immer von Beginnend bis zum Schluss durchspielen Natürlich habt ihr die Möglichkeit Matches oder auch Promos zu simulieren Das heißt ihr müsst sie nicht dringend spielen Aber ihr kommt auch aus dieser Show im Prinzip Wenn ihr sie einmal gestartet habt Überhaupt nicht mehr raus Ihr müsst diese Show praktisch fertig spielen Das ist wichtig zu beachten Vorteile und Nachteile Also dass man selber dann nicht mehr entscheiden kann Zum Beispiel ich will jetzt erst das Match Nummer 5 als erstes spielen Ist natürlich erstmal grundsätzlich ein Nachteil Es hat aber auch Vorteile Und zwar der Sinn dahinter ist Dass zum Beispiel die Ladezeiten optimiert werden Dann ist es so Dass die ganzen Kommentatoren auf die gesamte Show sich beziehen Also auch mal was am Anfang der Show passiert ist Kann am Ende noch erwähnt werden Und es hat natürlich auch langfristige Möglichkeiten Ob das jetzt hier schon umgesetzt ist Wage ich jetzt mal zu bezweifeln Also zum Beispiel Dass man Verletzungen durch eine Show mitnimmt Also man hat am Anfang eine Verletzung gehabt Und am Ende Oder ist angeschlagen Und am Ende ist man dann ganz verletzt Weil man eben nochmal ein Match bestreiten musste Oder ähnliche Dinge Also das ist was worauf man aufbauen kann Das Grundprinzip ist erstmal nicht falsch Trotzdem wäre es halt immer schön Wenn man auch persönliche Freiheiten wieder mit einbauen könnte Wie ihr seht Habe ich hier bereits jetzt gerade die Show gestartet Normalerweise kommt jetzt ein Intro Und danach ein Feuerwerk Und dann kommt man in eine erneute Ansicht Sage ich jetzt mal diese Match-Ansicht rein Das ist hier nicht wahrscheinlich wegen der Anfangs-Promo Das ist jetzt gerade ein schlechtes Beispiel Also ihr könnt jetzt normalerweise hier jetzt in diesem Bildschirm Zumindest erstmal auswählen Wen ihr spielen wollt Oder ob ihr spielen wollt Der untere Joystick bedeutet Dass das die KI spielt Der obere Joystick bedeutet Man spielt eben jetzt hier als Baba Ray Ansonsten bekommt man nämlich eigentlich einen Bearbeitungsbildschirm Den zeige ich euch gleich noch im Anschluss Da habt ihr dann die Möglichkeit Zum Beispiel auch Run-Ins erst einzustellen Also das kann man erst relativ spät einstellen Es geht nun auch direkt mit der Promo los Gleich vorweg Ich kürze das hier etwas ab Ihr könnt es auch mit der X-Taste Beziehungsweise bei der Xbox ist das die A-Taste Könnt ihr hier die einzelnen Cutszenen abbrechen Es gibt übrigens ja Hunderte Also mindestens sechs, siebenhunderte Cutszenen Schätze ich jetzt mal verschiedene Auch gerade bei den Promos Die hier zusammengeschnitten werden von der KI Jedenfalls ihr habt hier oben eine HUD-Anzeige Und die ist sehr wichtig Und zwar seht ihr dort die Promo-Leistung Das heißt, je nachdem was ihr auswählt für eine Antwort Bekommt derjenige mehr Reaktion vom Publikum Und das ist jetzt, da das Knifflige an der Sache ist Das Publikum ist euch nicht bekannt Ihr seht ja diese kleinen Fragezeichen Das heißt, es gibt vier verschiedene Publikumsarten Es gibt so kritisches Publikum Oder familienfreundliches Publikum Und so weiter und so weiter Und je nachdem, was ihr da wählt Kann das sich durchaus unterscheiden, die Reaktion Also nehmen wir mal an Ihr wählt in der einen Show dasselbe Wie in der anderen Show Dann wird es trotzdem so sein Dass wahrscheinlich die Reaktion des Publikums Unterschiedlich sein könnte Dann könnt ihr natürlich eurem Charakter Etwas Eigenschaft verleihen Das heißt also, wie wir hier sehen Zum Beispiel bei Devon Ist es so, dass er bei Face einen Anstieg hatte Also er hat eine sehr Face-haltige Eine nette Promo gehalten Das kann natürlich auch in die andere Richtung ausschlagen Also praktisch bei Bubba Willi kann es natürlich auch ins Minus reinrutschen In Heal Das ist aber nicht wirklich schlimm Bei den Antworten habt ihr zwei Möglichkeiten Ihr könnt mit der R2-Taste bei der Playstation Beziehungsweise mit der RT-Taste bei der Xbox Nämlich auch nicht nur die Antworten auswählen Sondern ihr könnt auch zum Beispiel entscheiden An bestimmten Stellen Ob er einen Taunt machen soll Also zum Beispiel einfach so ein bisschen rummeckern Mit dem Publikum Ob er angreifen soll Wie ich das jetzt hier gerade gemacht habe Dann geht das in eine Art Match über Oder ob er einen Stair-Down machen soll Stair-Down und Angriff stehen aber meistens erst später zur Verfügung Während der Taunt eigentlich auch bei Single-Promos zum Beispiel Immer zur Verfügung steht Ihr müsst allerdings diese R2-Taste oder RT-Taste relativ lang gedrückt halten Ich breche das Ganze jetzt hier ab Ich möchte euch nämlich dann auch noch eine andere Promo zeigen Und vor allen Dingen Und das ist jetzt ganz wichtig Das ist jetzt der eigentliche Show-Edit-Modus Das heißt, wir sind jetzt eigentlich erst in der richtigen Show drin Wo wir eben auch Run-Ins zum Beispiel einstellen können Ich habe jetzt diese Promo mal gerade simuliert Jetzt haben wir hier ein Triple-Thread-Match Das wollte ich auch nicht Das werden wir auch gleich simulieren Und dann haben wir hier die nächste Promo Und die werden wir dann auch gleich spielen Wie gesagt, man kann nicht hinten anfangen Ich wollte euch hier nochmal kurz zeigen Wie diese Show aufgebaut ist Ich möchte aber jetzt zur nächsten Promo kommen Und zwar zur Promo-Show-Mitte Die ich vorhin erstellt habe Und zwar zur Redestellen von Big E Da ist es so Es ist leider Ihr seht ja, es ist erst mal nur einer Ich habe ja aber jemand anderen zur Redestellen wollen Ich kann den anderen leider nicht spielen Und das ist etwas, ja, blöd Man kann das nur auf KI einstellen Ich weiß nicht, ob es später noch eine Lösung gibt Vielleicht ist es auch ein Bug Es kann also sein, dass das sich jetzt alles noch ändert Wenn wir dann die ersten Patches haben Aktuell ist es aber leider so Dass ich leider nur Big E selber spielen kann Wenn ich es runterstelle, das Joypad Ist es so, dass die KI alles übernimmt Also beide Leute Das finde ich schon einen Nachteil Ich hoffe, es ist auch wirklich nur ein Bug Dass das wirklich behoben wird Das Knifflige an diesen Promos ist, dass das natürlich sehr schnell abläuft Ihr müsst also relativ schnell entscheiden Was ihr antworten oder sagen wollt Das Ganze hat übrigens auch bestimmte Auswirkungen Ihr habt zum Beispiel zwei verschiedene Promo-Fähigkeiten Also zum Beispiel Stairdown nennt sich eine Und da habt ihr hier zum Beispiel oben links gerade einen Bonus bekommen Bei Level 2 Also er hat eine starke Promo-Fähigkeit Und dementsprechend ist schon da oben der Ausschlag Ihr könnt natürlich auch eine Promo folieren oder gewinnen Zumindest bei Zweier-Promos Das müsst ihr halt auch beachten Das bringt euch natürlich Punkte Beziehungsweise VC VC ist eine virtuelle Währung Mit denen könnt ihr zum Beispiel dann andere Superstars, Arenen etc. freischalten So, wir sehen jetzt hier Bo Dallas kam rein Ich habe das wie gesagt abgekürzt So eine Promo kann durchaus auch 7, 8 Minuten gehen Also wie gesagt, das geht hier nicht so schnell wie in dem Video jetzt gezeigt Ich wollte euch jetzt mal zeigen, wie ihr diese Mikrofon-Fähigkeit Also wenn man das umschaltet Ihr habt dann die Möglichkeit Kämpfen oder Stairdown Man muss allerdings auch hier relativ schnell reagieren Ich habe jetzt hier einfach mal nochmal schnell eine Antwort genommen Und möchte aber jetzt auch gleich zeigen, wie es ist Wenn man einen Stairdown sich liefert Und stelle dann einfach mal kurz auf Mikrofon-Fähigkeit um Ja, beziehungsweise nochmal kommt eine Antwort Ja, also wie gesagt, hier sieht man aber oben auch Zum Beispiel rechts stand gerade schlechte Wahl Bei mir ist meine Leistung, meine Promo-Leistung gerade wirklich unterirdisch Bo Dallas ist hier der absolute, ja, Mega-Typ Der hat jetzt gerade eine durchschnittliche zwar gemacht, aber trotzdem Ja, und jetzt habe ich gesagt, ich beende das Ganze jetzt ein bisschen vorzeitig Ich habe einfach keinen Bock mehr weiterzureden Ich beende das jetzt praktisch in einen Stairdown Zum Schluss der Promo bekommen wir natürlich noch die Promo-Ergebnisse Und wir sehen ganz klar, Big E hat hier verloren Allerdings haben beide einen Face-Upgrade bekommen Also beide haben eine nette, tolle Promo gehalten Zumindest, ja, sie sind nicht die bösen Buben Ja, was gibt es zu Promo zu sagen? Ich finde es toll, dass sie textbasierend ist Dass sie nicht vertont worden ist Einfach aus dem Grund, es gibt viel mehr Freiheiten Ihr habt viel mehr Möglichkeiten zu antworten, als wenn das Ganze vertont wäre Dazu kommt ja auch, Legenden leben nicht mehr Die können sowas auch nicht einsprechen Wie klingt das, wenn dann irgendjemand einfach für zum Beispiel Macho-Mensch spricht Das passt nicht Also wie gesagt, ich finde das eine tolle Sache, dass es textbasierend ist Ja, wie wir hier gerade gesehen haben Ist es auch so, dass die Bei den Rivalitäten, dass es immer noch diese Rivalitätsansicht gibt Das heißt, ihr seht also zum Beispiel Wie es ausgegangen ist Hat jemand zum Beispiel Statuseffekte bekommen Neue Freunde oder Feinde und so weiter Kurz vor Schluss kommen wir jetzt zu einem Ja, der wichtigsten Neuerungen überhaupt im Universe-Mod Und zwar das, was es letztes Jahr eigentlich nur bei Micro-Modus gab Den Run-In Run-In bedeutet so viel, als dass ihr jemanden, der nicht in das Match involviert ist Ja, eingreifen lasst Also zum Beispiel jemanden angreifen lasst, etc Bei den Run-Ins muss ich leider etwas ausholen, weil da gibt es auch viel zu sagen Ihr habt nicht bei jedem Match die Möglichkeit, einen Run-In zu machen Ihr könnt zum Beispiel allerdings bei Rivalitätsmatches Also wo zum Beispiel hier auf dem Bild sieht man das ja Bei Bam Bam Bigelow ist eine Rivalität hinterlegt mit dem roten R Da könnt ihr eingreifen Also das ist schon möglich Es ist aber so, dass es nicht bei jedem Match geht Also zum Beispiel bei Hell-in-Acell-Matches Oder Triples-Red-Matches geht es nicht Oder wie wir gerade vorher gesehen haben Bei den Two-Versus-Two-Elimination-Normal-Tag-Team ging es auch nicht Also nicht bei jedem Matchart ist das möglich Ihr könnt aber eingreifen Beim Eingreifen habt ihr dann die Möglichkeit zu wählen Zum einen natürlich, wer eingreift Wo ihr eingreift Das heißt, zu welchem Zeitpunkt wollt ihr vor dem Match angreifen Mitten im Match oder nach dem Match Hier muss ich jetzt auch wieder etwas aufteilen Vor dem Match bedeutet Es kommt eigentlich zu dem eigentlichen Match nicht Man wird gleich von der dritten Person attackiert Niedergeschlagen Und nach einem Finisher zum Beispiel Endet das Ganze Es wird also dieses eigentliche Match nicht stattfinden Mein Tipp ist also Möglichst selten dieses vor dem Match angreifen Nutzen Außer ihr wollt auf das Match verzichten Die nächste Option ist Während dem Match Während dem Match Da gibt es auch zwei Unterschiede Wenn ihr jetzt ein normales Match habt Also keins, wo, sagen wir mal Regelwidrigkeiten erlaubt sind Dann ist es so, dass derjenige, der dann zum Ring kommt Sich nur einfach an den Ring stellt und als Manager fungiert Wenn ihr jetzt allerdings zum Beispiel ein Falls Count Anywhere Match habt Also hier dürfen auch Regeln gebrochen werden Dann ist es so, wenn er dann einen Run-In macht Dann greift er auch den Gegner an Also er attackiert Und das ist dann praktisch wie ein Handicap Match Nur, dass eben beide auf den einen direkt einschlagen Ja Ihr könnt auch festlegen, wen er unterstützt Und ihr könnt auch festlegen, mit was er angreift Also zum Beispiel kommt er rein Mit einem Baseballschläger Mit einem Kendo-Stick Mit einem Stahlstuhl Neuerdings übrigens auch mit einem Champion-Gürtel Auch hier eine Anmerkung Champion-Gürtel ist allerdings nur In den Szenen dann auch sichtbar Wenn derjenige Champion ist Ansonsten schlägt er mit was Lehren zu Also diesen Logik-Quäler solltet ihr möglichst vermeiden Ja, dann gibt es natürlich noch die Nach-Match-Angriffe Das finde ich auch eine ganz tolle Sache Also man ist dann praktisch in der Siegesfeier drin Und während der Siegesfeier Ja, wird man dann halt attackiert von der dritten Person Man kann die dann allerdings auch abfertigen Also man kann auch umgedreht dann natürlich zurückschlagen Sobald dann ein Finisher gefallen ist Ist das Ganze dann vorbei Was gibt es noch zu sagen? Breakouts gibt es Einen Nachteil kann ich leider allerdings nicht verschweigen Und zwar, ihr habt leider nicht die Möglichkeit Den Run-In bzw. den dritten Superstar selber zu steuern Ich weiß aktuell nicht, woran es liegt Wie gesagt, ich habe das Spiel vor Release erhalten Ich habe auch noch keine Vergleichswerte Also ich weiß jetzt noch nicht Vielleicht gibt es auch einen besonderen Trick Den kenne ich leider noch nicht Sollte ich den haben, werde ich den hier in der Beschreibung nachliefern Jedenfalls ist es so Ihr könnt im Prinzip nur entweder KI-basierend alles machen Oder eben auch hier nur die beiden Teilnehmer auswählen Ich möchte euch hier das natürlich kurz mal demonstrieren Wie sich das verhält Dazu sehen wir jetzt hier aber noch was anderes gleich Wenn hier, ich glaube, Brock Lesnar als erstes reinkommt Und zwar, es gibt auch die Breakout-Funktion Also man kann, ja, das, sagen wir mal Den Eingang von jemandem unterbrechen Dazu könnt ihr auswählen Ob ihr zum Beispiel eben mit einem bestimmten Ja, mit irgendwas Speziellen angreifen wollt Ja, das kennt ihr vielleicht auch schon aus dem Vorgänger Allerdings hattet ihr da noch nicht die Möglichkeit Dass der gleich mit irgendeiner Waffe reinkommt Diese Breakouts kann man übrigens auch bei Deckteams anwenden In Rivalitätsmatches ist das ebenfalls anwendbar Es gibt es eigentlich so ziemlich bei jedem Match Muss ich dazu sagen Also jeden Single und, ja, zwei gegen zwei Matchen Und es ist so, dass ihr auch natürlich nach dem Match Einen Breakout machen könnt Das heißt also, ihr nehmt ja mal an Ihr seid dann schon mitten in der Feier Ihr habt gewonnen Dann habt ihr auch die Möglichkeit zu sagen Okay, ich mach den jetzt einfach weiter fertig Und fall über den noch her Also eine ganz tolle Geschichte auch mit diesen Breakouts Das habt ihr hier gleich auch mit gesehen Allerdings wollte ich was anderes ja demonstrieren Das ist der Run-In Ich hatte ja ein Run-In im Match angegeben Und der passiert immer in der Regel nach der ersten Aktion Die ihr macht im Ring wohl bemerkt Also zumindest, wenn es ein normales Match ist Hier in dem Fall ist es so Dass das ein normales Match, glaube ich, war Kein Außergewöhnliches Trotzdem greift er mich hier außen an Weil ich hier rausgehe Ja, es ist aber nicht jedes Mal so Dass der angreift Also in normalen Matches kann es durchaus sein Dass dann ein Braun Strowman zum Beispiel Einfach nur in der Ecke steht Was übrigens auch neu ist Das seht ihr oben links Das ist allerdings nicht nur im Universe-Modus so Das ist das Rating-System Hat keine großen Auswirkungen auf das Spiel Im Prinzip hätte man mehr draus machen können Also zum Beispiel eine Konkurrenz-Situation Mit verschiedenen Shows hätte man dann durchaus auch bringen können Also wer hat die besseren Matches Besseren Verkaufszahlen etc. Hätte man auch mit dem General Manager aufziehen können Das ist leider nicht der Fall Trotzdem ist es natürlich nett Da zu sehen, wie das Match verläuft Und sich eben auch VC zu verdienen Ich verlasse jetzt mal wieder das Match Und gehe nochmal zurück in den Hauptbildschirm Und simuliere da einfach mal bis zur nächsten Show Das heißt also, ich beende die Show Und gehe zur nächsten Show über Weil ich noch kurz was erklären möchte Und zwar, wenn ihr Rivalitäts-Matches bearbeitet Das sieht man jetzt leider hier in dem Beispiel nicht Weil ich habe dann später festgestellt Das ist gar kein Rivalitäts-Match war Was ich da bearbeitet habe Aber wer solltet ihr eins bearbeiten Ist die Gefahr sehr, sehr groß Dass die Rivalität gelöscht wird Also seid da etwas vorsichtig Also wenn da wirklich Rivalitätsteilnehmer teilnehmen Was vielleicht eine Möglichkeit wäre Dass ihr dieselben Teilnehmer wieder nehmt Sodass es eine Rivalität bleibt Allerdings muss man halt auch immer bedenken Die KI braucht natürlich bestimmte Grundvoraussetzungen Also wenn ihr hier zum Beispiel Einen Helen-Sell-Match ansetzt Dann passt das der KI vielleicht gar nicht Und dann kann es natürlich auch dazu kommen Dass eine Rivalität gelöscht wird Das kann auch durch völlig andere Dinge passieren Wie zum Beispiel eben, wenn ihr Titel bearbeitet Oder wenn ihr Tech-Teams, wie gesagt, gründet Oder schließt Also viele Möglichkeiten gibt es Dass da leider die KI die Rivalität löscht Eine ganz tolle Sache will ich nochmal kurz zeigen Auch wenn sie nicht direkt was mit dem Universe zu tun hat Aber für alle, die Storys lieben Kann das relevant sein Ihr könnt ab jetzt ja bis zu drei Manager mit zum Ring nehmen Auf einer Seite Also in dem Fall jetzt die komplette White-Family Das kann storybasierend wirklich interessant sein Zum Beispiel könnt ihr auch die Manager steuern Dann stellt euch mal vor Ihr steuert einen davon Und sorgt dafür, dass ihr ein komplettes Stapel auflöst Weil der jetzt eben sich mit dem gesamten Stapel anlegt Also tolle Neuerung Ich bin froh, dass das mit drin ist So, endlich habt ihr es geschafft Das Universe-Tutorial ist zu Ende Und ich hoffe, es hat euch gefallen Und ihr konntet eben die ein oder andere Info auch mitnehmen Ja, es hat sich dieses Jahr natürlich viel verändert Deswegen ging es auch etwas länger als die letzten Tutorials Weil im letzten Jahr gab es ja im Prinzip keine weiteren Veränderungen Das hat sich dieses Jahr eben geändert Wie ihr es selber sehen konntet Ja, ich hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen Ihr konntet etwas mitnehmen Und vielleicht hinterlasst ihr mir einen Daumen nach oben Oder vielleicht, das würde mich noch mehr freuen Ein Kommentar, eure Meinung Vielleicht auch eure Erfahrungen zum Spiel Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich immer fragen Das war auch in den letzten Jahren so Ich werde versuchen, immer zu antworten Wenn es die Möglichkeit gibt Zum Universe irgendwas zu sagen Dann werde ich das auf jeden Fall tun Und sollten noch Neuerungen kommen Die jetzt aktuell mir noch nicht bekannt sind Weil, wie gesagt, ich bin jetzt nicht perfekt Ich habe das Spiel ausgetestet Ihr habt es zu dem Zeitpunkt vielleicht schon länger gespielt als ich Dann werde ich das hier in die Beschreibung mit reinstellen Oder vielleicht hier auch als Hinweis Texte im Video einblenden Das war's Ich sage tschau Adios Bis bald Euer BamBam